Hallo Leute, herzlich willkommen. Heute wollte ich einen Messertest machen vom Kudemann MT5 mit den 965er Böhlerschalen. Da wollte ich ein bisschen Holz mit betonen und viel Spaß dabei. Wollen wir mal schauen, ob wir hier was rauskriegen. Das ist natürlich ein sehr riesiger Stamm hier. Mal gucken, vielleicht kriegen wir mal Schluss. So, da wollen wir mal gucken, ob wir mit dem Kudemann auch mal ein bisschen betonen können. Ziemlich dicke Äste hier, aber machen wir mal schon. Das dürfte kein Problem sein. Ups. Moment, wo ist... Na gut, da ist die kurze Klinge ein bisschen das Problem, aber... Das kriegen wir schon hin. Schauen wir mal. Gucken wir mal. So, hier... aber das kriegen wir durch zum klaren also zum beton ist es es ist klar es ist klingenrücken und ich glaube hat fünf millimeter natürlich rein keine ausbrüche gar nichts gucken ob das geht hier mit dem klingenrücken ohne probleme das ist das kugelmann mt5 in aktion jetzt noch mal den feierstil test wollen wir mal gucken irgendwie der boden ist freut und so holz schwierige zu finden hat aber ich habe ein bisschen watte mitgenommen einfach mal aus demonstrationszwecken noch mal mit dem tollen kugelmann klingenrücken und das brennt das brennt Musik Schlaf schon Mal Musik Musik Spa dakoPara-military 2 Edic Immermann seguir an Musik Musik